So meine lieben Freunde, ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von The Binding of Isaac Rebirth. Und heute geht es jetzt erst einmal darum, dass wir den Run vom letzten Mal weiter fortführen. Denn ich habe ja aus Versehen auf Restart gedrückt. Deswegen sind wir jetzt hier mit Eve und haben diesen Seed. Ich weiß gar nicht, ob ich beim letzten Mal den Seed aktiv hatte. Aber ist ja auch egal. Hauptsache... Hauptsache ich schaffe das dieses Mal mit Eve, denn ich habe keinen Bock mehr mit Eve. Das ist das Problem. Ich meine klar, wenn ich keinen Bock mehr auf Eve habe, dann nehme ich einfach einen anderen Charakter. Aber das möchte ich auch nicht. Ich würde dann schon gerne jetzt mit Eve das Ganze irgendwie packen. Aber wenn ich jetzt schon sehe, was hier wieder so für ein Ansturm kommt und was ich hier für Gegner bekomme. Und wie assig und ekelhaft das ist, besonders mit ihrem miesen, verwichsten Kackdamage. Dann möchte ich am liebsten ins Essen brechen und... Keine Ahnung. Weint in der Ecke sitzen? Ich weiß es nicht. Oh Gott. Ich schieße erstmal die ganzen Kackhofen kaputt. Vielleicht lässt sich da noch irgendwas Tolles finden. Bossrush möchte ich jetzt nicht wirklich haben. Ich meine, wenn ich es kriegen kann, nichts dagegen. Solange es mir nicht irgendwie schaden sollte. Ich weiß es ja nicht. Vielleicht kann es mir ja schaden. So. Okay, den Raum hätten wir dann fertig. Dann hat mein Vogel anscheinend alles erledigt, weil da war ja eigentlich noch einiges, was wir da noch hatten. So, okay, nichts mehr. Dann holen wir jetzt erstmal das Item. Und es ist der Minimarsch. Speed and Range up. Habe ich nichts gegen? Habe ich nichts gegen? Dann sind wir schon mal ein bisschen schneller. Können Spaß haben. Und haben eine sehr, sehr gute Range eigentlich. Ja, damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Äh, und dann geht es hier vorne rein. Ach du Scheiße. Allein schon, dass ich da schon wieder diese dicken Spinnen sehe. Ne, ich könnte kotzen. Ah, geh weg. Ich hasse dich. Ah, meine Güte. Da muss ich natürlich nur hoffen, dass die anderen Spinnen, äh, die Spinnen, die fliegen, die da unten jetzt gerade sind. Hoppala. Uah. Auch draußen bleiben. So wunderbar. Natürlich. Jetzt kommen noch mal mehr von den dicken Spinnen, oder was? Ah, wie ich diese Viecher hasse. Geh kaputt. Ja, danke. Wicks Gesicht. Also, ich merke schon, das läuft auf jeden Fall schon genauso gut wie der letzte. Versuch. Also, ich bin sicher, ich werde hier sehr viel Erfolg haben. Hoffentlich fliegt er in die Luft und macht die Basik kaputt, oder auch nicht. Ah. Na gut, komm. Los, los, los. Eine Treubombe, okay. Hm. Ich gehe einfach in den Bosskampf, oh Gott, rein. Wunderbar. Ey, ich habe echt nur Glück, Leute. Ich habe echt nur Glück gerade. Das gefällt mir sehr, dass so viel Glück habe ich, ey. Mann. Ich hätte echt nicht damit gerechnet, dass ein Mensch so viel Glück haben kann. So, du Wicks Gesicht. Dieses Mal mache ich dich aber fettig hier. Ich mache dich fettig. Wenn er mich direkt berührt, verliere ich ein Herz. Das weiß ich. Wenn mich der Strahl oder eine Träne von dem berührt, dann verliere ich nur ein halbes Herz. Deswegen muss ich darauf achten, dass ich ihn zumindest nicht direkt berühre. Und weg ist er. Dann gibt es erstmal den Speed Belt. Hui. Und dann gehe ich nochmal ganz, ganz kurz in den Zaki-Zaki-Raum. Ja, ich gehe in den Zaki-Zaki-Raum. Ficken. Mal kurz rein, gucken, was in der Truhe ist. Oh Gott. Wunderbar, ich habe jetzt nichts, die Truhe nicht geöffnet. Das war wirklich wunderbar, Leute. Also so, genau so sollte man es machen. Genau so sollte man es machen. Wir gehen einfach in die nächste Ebene mit unserem einen Herz. Ich wollte sagen, die nächste Ebene. Kacklappen. So. Und hoffen einfach, dass wir hier irgendwie doch noch gut durchkommen. Weil bisher haben wir eigentlich nur Speed-Upgrades bekommen. Und Speed ist zwar schön und gut. Aber es bringt mir nichts, wenn ich damit nicht wirklich weit anfangen kann, letzten Endes. Also ohne viel Damage bringt mir Speed so gut wie gar nichts. So, ich sammle erstmal ein bisschen was an HP. Bisschen was an Münzen, damit wir in dem wunderbaren Cage-Room ein bisschen was machen können. So, was gibt es hier drin? Das Rotten Baby. Okay, das kann ich ja schon mal so einigermaßen akzeptieren. Ist jetzt nicht das Geilste, aber es ist immerhin schon etwas. So, einen Soulheart haben wir bekommen. Und keine Münzen, leider. Aber Münzen hätten mich eigentlich gefreut. Ach, ja komm, Schlüssel muss ich sogar so mitnehmen. Ah, geht einfach kaputt. Wunderbar. Gibt es hier irgendwo einen blauen Stein? Natürlich nicht. So viele verwichste Steine, aber kein blauen dabei. Dies kostet Mion. Okay, die beiden hätten wir erledigt. Wo ist der andere Dicke? Da. Aber eine Münze, das ist schon mal gut. Natürlich werde ich die Münze nicht bei dem Typen mit den Hüten da verschwenden, also der, der die drei Hüte da hat, dem Spieler da, sondern an dem Bettler. Vielleicht ist da ja noch irgendwie ein Speed, wollte ich jetzt schon sagen. Ein HP-Upgrade drin. Oh, geil. Das wäre nämlich eigentlich richtig nice, wenn ich da noch ein HP-Upgrade bekommen könnte. So, dann geht es jetzt erstmal wieder runter. Richtung Arcade Room. Und dann wird erstmal an dir gespielt, mein Lieber. Komm. Gib mir was. Los. Gib mir was Tolles. Oder gib mir ein HP-Upgrade. Genau sowas hatte ich mir vorgestellt. Bomben, das ist gut. So, komm. Nochmal irgendwie ein bisschen HP oder so, weil dann könnte ich nochmal ein bisschen an dem anderen Gerät spielen und Münzen sammeln. Oder ich spiele mit dem Teufelsbattler und hoffe, dass er nicht irgendein anderes gutes Item droppt. Eigentlich wollte ich ja den daneben haben. Du Pisser. Flylove. Scheiße. Flylove wäre natürlich auch noch eine ganz geile Aktion gewesen. Na, Schlüssel. Dann geht kaputt. Bekommt zwei Bomben hinterhergeschmissen. Wunderbar. Vielleicht kriege ich ja hier irgendwo noch ein paar Herzen. Okay. Anscheinend nicht. Rotten Baby haut auch ordentlich rein mit seinen Fliegen. Das gefällt mir. So. Bomben. Was gibt's hier? I can see forever. Das ist... Einfach so passend. So passend. Jetzt kann ich auch nochmal gucken nach dem Supergeheimraum. Vielleicht gibt's da ja noch irgendetwas für... Ach, der Shop stimmt ja. Den hatten wir ja auch noch. Da könnte ich eigentlich ein bisschen was plündern. Also hier jetzt. Ich plünder hier jetzt einfach mal so ein bisschen was. Ich weiß, eigentlich sollte ich das nicht wirklich plündern. Immerhin brauche ich ja... Was weiß ich wie viele Münzen. Insgesamt 999 oder so weiter. Damit ich noch Achievement-technisch was erreiche. Aber momentan hätte ich dann schon gern Lust, mir irgendwie ein bisschen was zu kaufen. So. Unter anderem vielleicht das nette Ding hier. Für ein scheiß schwarzes Herz. Dann hier irgendwo der Supergeheimraum. Da wunderbar. Und da gibt's dann noch einmal diese wunderbare Scheiße. Ich meine, das war... Diese Scheiße war, dass ich aus Steinen nichts bekomme. Nein, das war... Ach, das war diese komische mit dem Rock oder sowas ähnliches. Irgendwas mit Rock. Na komm. Gibst du mir irgendwas mit einem Herz? Nein, schade. Vielleicht von zwei? Nein. Dann kannst du mal kurz sterben. Nochmal Münzen. Ja, okay. Akzeptiere ich. Dann geht's jetzt erstmal in den Bosskampf, meine lieben Freunde. Ja, ich hab jetzt ein bisschen was komisches gemacht. Ich hab jetzt die schwarze Kerze auf dem Kopf. Aber trotzdem. Ich... Ich hab zwar ein bisschen Fusch betrieben, aber für mich, in meinen Augen, hat sich das so ein bisschen gelohnt. Ich mein, der Versuch war es natürlich wert, dass wir noch irgendein Teufels-Item oder so was aus dem wunderbaren Teufels-Bettler da rausbekommen. So, und so schlecht sieht's ja jetzt auch nicht um uns aus, ne? Also, sah schon mal schlechter aus. So, ja gut, dann... Oh, das ist so eine Qual, Leute. Das ist so eine Qual. Nehm ich The Mark oder nehm ich den Pakt? Ich nehm The Mark. So, dann geh ich allerdings nochmal kurz zum Teufels-Bettler. Oh ja, Leute. Dann werdet da nochmal eins, zwei, drei, vier mal etwas da lassen. In der Hoffnung. Dass er mir was droppt. Und er droppt mir Contract from Below. What war das? Ich hab keine Ahnung. Was war das nochmal, Leute? Schreibt's mir ruhig in die Kommentare. Vielleicht werde ich noch erfahren, was das ist. Dann nehm ich mir eben kurz nochmal das hier mit. Denn das ist ja... Faith Up. Damit bekomme ich ja... Eine höhere Chance auf Soul Hearts. So war das, glaube ich, ja. Und eine höhere Chance auf Soul Hearts ist eine höhere Chance zu überleben, wie ich jetzt finde, ne? Dann mal weiter. So, natürlich würde ich schon gerne jetzt, äh... Wieder in meinen Horn of Babylon-Modus reingehen. Och, wie gantle würde ich da jetzt sein. Denn der Horn of Babylon-Modus ist für mich einfach ein bisschen... Besser. Ich mach einfach mehr Damage und damit komme ich ein bisschen besser klar. Vielleicht gibt's ja hier auch wieder ein Cage-Room. Dann könnten wir mal wieder ein bisschen was spenden. Also herzentechnisch. So, stirb. Oh, das Rotten Baby macht auch ganz gut arbeiten. Äh, auch ne ganz gute Arbeit hier. Ich mein, die Fliegen, die machen ja ordentlich Damage eigentlich. Gefällt mir. Hier muss ich jetzt aufpassen. Na, komm. Wunderbar. Einer schon mal weg. Der auch. Die beiden sind jetzt auch Geschichte. Zack. Dann kommen die Köpfe. Die gehen auch relativ schnell kaputt. Ist ja kein Problem. Und dann hätten wir diesen Kampfraum auch schon überlebt. Und bekommen rein gar nichts. Weil, nee, also... Weshalb sollte man auch etwas bekommen, wenn man so einen Kampfraum überlebt, ne? Äh, ist ja auch vollkommen sinnfrei. Ich mein, ich hab ja nicht nur um mein Leben gekämpft, um wieder rauszukommen. Nein. Ach, so ne Pimmelkacke. Na gut, egal. Meckere ich jetzt erstmal nicht weiter. Uppala. Kommt, los. Ich treff die so einfach nicht. Meine Güte. Ich hasse Gegner, die sich so dämlich bewegen, dass ich sie nicht treffen kann. Aber ich hasse auch mich, weil ich so dumm bin. Und... Ah, yeah. Eigentlich könnte ich dann beim Lamp oder so weiter einfach dumm rumstehen und Rotten Baby alles Mögliche machen lassen. Beziehungsweise bei Satan. Das geht ja auch. Dann braucht's zwar ein bisschen länger, aber ich würde es auf jeden Fall schaffen, weil ich nehm keinen Schaden. Und Rotten Baby spawnt weiterhin permanent irgendwelche Fliegen und macht dem netten Herrn Satan Probleme. Ist eigentlich ne geile Idee, oder? Also sollte es soweit kommen, dann werde ich diese Idee natürlich auch insofern umsetzen. Sollte ich wirklich... Äh, sollte es momentan in dem... Sollte es dann in dem Bereich relativ beschissen aussehen, ne? So, und weg. Okay, Cateroom sieht jetzt gerade noch nicht so aus, aber wir haben oben rechts ja noch einiges übersehen. Bisher sind wir noch nicht hingegangen. Und das muss ich jetzt erstmal nachholen. Zack, hier vorne nämlich. Hier ist ja der Startraum, glaube ich. Und hier unten. Und hier unten. Eine Truhe. Ne, ich hab nur noch einen Schlüssel, das möchte ich jetzt nicht. Aber hier, wunderbar. Den netten Herrn. Den können wir versuchen zu penetrieren. Äh, den können wir penetrieren, nicht versuchen. Weil schaffen werden wir's oder so. Und dann bekommen wir nochmal Brom... Okay, ja, ist jetzt nicht das Geilste, aber wenigstens ein bisschen was. Geheimbrom, vielleicht hier. Ja, wunderbar. Ähm, ne Pille. Telepilz. Na, okay, ich wurde nur so weit weggeportet. Okay, dann... Du kaputt und... Da. Nichts. Okay, schade. Ein Versuch war's natürlich wert. Ähm... Der Supergeheimraum könnte wo sein? Wir haben den Boss da unten. Dann könnte der Supergeheimraum eigentlich hier sein, in dem Raum. Yes, wunderschön. Und wir kommen nochmal in Schwattes Herz. So, Leute. Genau so... So... Mag ich das. Gurglings. I hate it. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Die Gurglings. Ja, ich hasse sie. Die werden hier alles vollbluten, Mann. Das ist ekeler. Hör auf. Hör auf, hier alles voll zu bluten. Ihr seid pervers. Ekeler. Also hier wäre natürlich jetzt Flylove ganz geil gewesen, weil dann könnte ich mich nur auf die Gurglings konzentrieren und müsste nicht noch nebenher die scheiß Fliegen im Auge behalten. Aber, na. Man kann ja nicht alles haben, ne? Man kann ja nicht alles haben. Boah, das war knapp. Fast hätte ich den zu mir hingehauen. Zwei Gurglings sind also schon tot. Da ist der dritte weg. Und der vierte ist jetzt auch weg. Wunderbar. Dann bekomme ich einen Lippenstift nochmal für die Range und kann in die nächste Ebene. Das ist gut, Leute. Momentan läuft das sehr gut. Ich meine, wir haben zwar Damage-technisch, sind wir immer noch nicht auf dem Höhepunkt. Aber trotzdem läuft es, wie ich finde, relativ gut. Da würde ich gerne rein. Ich brauche jetzt noch zwei... Noch zwei weitere Schlüssel brauche ich, damit ich nämlich in den Item Room rein kann und in diesen wunderbaren, netten Raum. Oh, Pinky Eye. Poison Shots. Das gefällt mir. Jetzt habe ich nämlich zwischendurch auch mal einige Schüsse, die etwas Poison Damage machen. Hallöle, Larry. Wie geht's dir denn heute? So. Oh, ey. Das ist echt zum Abkacken, ey. Ich brauche unbedingt... Mom's Purse. Bombs Archie. Ja, geil. Zum Glück hatte ich nur... Na, ich bleibe aber trotzdem erstmal bei Pinky Eye. Dieser... Zwischendurch, dieser wunderbare Gift-Schaden, den man macht, der ist mir da in dem Moment dann doch ein bisschen zu wichtig. Der kann mir nämlich doch noch den Arsch retten. Uh, Spider Baby, Spider Revenge. Was war noch mal Spider Baby? Ich weiß es nicht mehr. Mann, dass man immer so viele Items hat, die man nicht kennt, das ist scheiße. Ich meine, nö, es ist eigentlich geil, weil... Das habe ich mir ja von Rebirth dann versprochen. Ne? Dass ich wieder... Dass ich endlich mal wieder so ein bisschen rätseln kann, was die ganzen Items machen und... So weiter und so fort. Ich bekomme jetzt gerade zwei Schlüssel. Geil. Äh... Das kaputt machen. Das kaputt machen. Und dann erstmal weggehen. Weil wir sind ja hier mittlerweile jetzt auch schon wieder beim Boss angelangt, aber da möchte ich nicht hin. Ich möchte ja nochmal ein bisschen die Gegend erkunden. Vielleicht gibt es ja noch irgendetwas Interessantes für mich. Vielleicht habe ich ja noch Glück und im Shop, äh... Könnte es dann irgendwo Mom's Purse geben oder so, ne? Au. Oh, ey, was bekomme ich hier denn für Twinkits? Isaacs Head. Jetzt habe ich nochmal einen, der mitschießt. Aber nein. Ne, ich bleibe bei dem scheiß Gift Damage. Oh, das ist echt zum Abwichsen gerade. Twinkits ohne Ende. Ich meine, geil, Twinkits würde ich alle liebend gern mitnehmen, aber am liebsten wäre mir da in dem Moment dann eigentlich Liberty Cap und Pinkie Eye. Aber für Liberty Cap brauche ich halt noch Mom's Purse, damit ich das mitnehmen kann. So, hier in die Mitte kommt nochmal eine Bombe. Bad Gas. Ja, vielleicht hätte er ja nochmal irgendwo ein Orsted's Up-Pilz sein können. Das wäre ja ganz geil gewesen eigentlich. Nochmal zwei Schlüssel, das ist gut. Dann kann ich nämlich jetzt in den Shop rein. Äh... Blue Map. Was war Blue Map nochmal? Achso. Blue Map zeigt mir also die ganzen Geheimräume an und so weiter und so fort. Das finde ich knorke. Dann nicht nur noch Soulhut mit und weg. Ähm... Einen Geheimraum haben wir da oben. Ich habe leider keine Bomben mehr. Alter, jetzt guckt euch das mal an. Hier ein Twinkit. Da ein Twinkit. Hier ein Twinkit. Das ist echt... Ah, Mann. Aber ich wollte ja noch in den einen tollen Raum da oben rein. Nein. So. Uppala. Hier rein. Was gibt es denn hier so feines... Oh, du heilige. Eins. So. Gut. Ja, fliegen. Aber ansonsten... Ich... Full Health Pille. Geil. Na gut, aber an die anderen komme ich jetzt leider nicht ran. Schade. Die Jungen ist aber noch in den Raum. Flinkis. Wunderbar. Poison Damage. Und auch weg. Geil. Zwei Soul Hearts. Gefällt mir. Ähm. Dann muss ich jetzt erstmal zum Boss. Hoffen, dass wir eventuell irgendwo nochmal... ...ne Bombe bekommen. Und dann... Ja, weiß ich nicht. Ah. Ach, hi. Mega Fetty. Ich... Schon wieder ist er am Pupsen. Okay, aber momentan geht es eigentlich ganz gut. Rotten Baby mit seinen Fliegen. Ich mit meinem... ...Giftschaden, der zwischendurch kommt. Das finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht gerade. Okay, der pupst immer weiter. Der springt gar nicht hoch. Oh Gott. Komm, komm. Rede ich davon, dass er nicht hoch springt, springt er natürlich mehrmals hoch. Ja, geil. Und nochmal. Hör doch auf. Drecksack. Ich hab dir nichts getan. Zack, weg ist er. Ein All-Stats-App-Pilz. Wunderbar. So, nicht anders hab ich mir das vorgestellt. Hallo, Krampus. Jetzt noch Krampus Head. Das wär eigentlich ganz geil. Wobei ich gehört haben soll, dass der mittlerweile so ein bisschen genervt wurde, weil... ...ein wenig zu krass. Aber da muss ich auch zugeben, der war wirklich ein bisschen sehr, sehr stark. Also... ...damit konntest du wirklich extrem viel raushauen. So, aber wir haben natürlich die Kohle bekommen. Und warum zur Hölle hab ich da jetzt an meiner Birne so einen komischen Pickel? Hm. Ne Bombe hab ich immer noch nicht bekommen, aber wir gehen einfach mal weiter. Ah, nächste Ebene. Hoppala. Der Run, der geht aber auch schon so ein bisschen, ne? 19 Minuten schon, Mann. Au. Fuck. Zwei Schlüssel. Wunderbar. So, und nicht anders möchte ich das... Ah, nein. Natürlich. Weg. Ach Gott, wie ich sie hasse. Ah. Los. Los. Danke. Ach, da ist noch eine. Hab ich nicht gesehen? Telepilz. Ach, die Scheiße. Hi. Und dann bin ich wieder in dem Raum. Nehm den Telepilz wieder und geh weg. Und so, lad. Wunderbar. Ja, die Telepille, die nutze ich, denke ich, mal wieder gegen Ende oder so. Weil dann hab ich vielleicht noch die Möglichkeit, mit etwas Glück in den Error Room zu kommen. Und, äh... Dann kann ich eventuell noch ein bisschen was an Items abstorben. Das wäre eigentlich ganz geil. Okay, was war das nochmal? Oh Gott, ich hab keine Ahnung mehr. Werde ich mit Sicherheit erfahren. HP up and you feel protected. Okay. Ich wese nicht. Ach, schon wieder so ein Raum. Haben die es nicht mittlerweile gelernt, dass ich darauf keinen Bock hab? Los, los, los. Oder die machen das gerade, weil ich darauf keinen Bock hab. Alter, das war ja ein super Schuss. Dann geht's weiter. Oh Gott. Ähm... Ich glaub, wir laufen gerade Richtung Boss. Ja, wir laufen gerade, glaub ich, Richtung Boss. Äh... Aua. Brauch ich aber. So. Ah, war das vielleicht das tolle Item, was, ähm... Wenn ich getroffen werde, mir für den Rest des Raums Schutz gibt, sodass ich nur noch ein halbes Herzschaden nehme? Oder so? Ich weiß es nicht. Könnte es das gewesen sein? Au. Ähm... Dann gehen wir hier hin. Oh, das ist geil. Wunderschön. So möchte ich das doch haben. Los, komm her. Oh. Ja, toll. Aber gut, den behalte ich trotzdem mal. Kann mir nämlich noch ein bisschen was, ähm... an Damage dazu pumpen. Denn, sollte ich genügend Solards haben, oder genügend anderen Schutz, kann ich ja eigentlich mich so weit runterhauen, dass ich nur noch ein Herz habe, damit ich den Horror-Babylon-Effekt nutzen kann. Es endet dann im Grunde so ähnlich wie, ähm... wie mit Samson und... Bloodlust. Hm. Ach, du Scheiße. Hände! Ach, nochmal direkt zwei, okay. Und dann gibt's nochmal die Nasen. Na, komm. Los, hier hinten. Da hin. Ach, du Drecksack, los. Danke. Und ich bekomme nichts. Ich bekomme rein gar nichts. Das ist echt zum Kotzen. Zum Kotzen, ja. So. Dann... dich kaputt machen. Ja, gut. Fangen wir mal erstmal mit der Fliege an. Und dann den Rest nochmal zwei Solards. Das ist schon mal sehr geil. Genau das meine ich, Leute. Genau das meine ich. Aber jetzt kann ich nämlich den hier machen. Jetzt komme ich hoch. Babylon-Effekt. So. Hab wieder ordentlich Money. Hab ordentlich Spinnis, die gegen den Boss mit Sicherheit einiges an Damage ausrichten werden. Und werde dann erst einmal Richtung Geheimraum wandern, der sich hier versteckt. Oh, geil. Noch mehr Money. Und wie sieht's mit euch aus? Mit euch dreien? Was macht ihr noch so? Oh. Okay. Noch ein bisschen Geld spenden. Okay. Dann geht's jetzt erstmal Richtung Boss. So wie ich das vorhatte. Beziehungsweise in den Shop nochmal. Denn wir haben ja Schlüssel und Münzen und Greed. Oh. Jetzt bin ich mal gespannt, wie schnell der tot ist. Alter. Okay. Dann geht's jetzt aber hier oben hin. So und da. Wunderbar. Nochmal eine Bombe und nochmal eine Bombe. Hm. Den Supergeheimraum habe ich jetzt gerade schon hier gehabt. Hätte ich eigentlich aufsprengen können. Au. So muss das, Leute. So muss das. Da bekommen wir nochmal das Dry Baby. Immortal Friend. Ich weiß gar nicht, was macht das nochmal. Hatte ich das schon mal? Hm. Okay. Nochmal ein schwartes Herz. Und so genau muss es laufen, Leute. So muss es laufen. Oh Gott. Okay. Zum Glück habe ich jetzt gerade noch ein bisschen was aufstocken können, ne? Ah. Stirb. Danke. Wunderbar. Dann kann ich eigentlich dem Fliegen den Rest überlassen. Oder meinen Poison Shots. Au. Jetzt nehme ich auch nur noch ein halbes Herz Schaden. Was ich eigentlich sonst auch machen würde, aber... Das ist halt dann in The Womp und so weiter relativ hilfreich. So, stirb einfach. Stirb. Los. Ah Gott. Range up. Wir bekommen nochmal die Möglichkeit, ein bisschen was Tolles zu kriegen. Und zwar Mom's Knife. Das ist jetzt die Frage. Soll ich das nutzen oder nicht? Erstmal mache ich das hier. Oh, soll ich das nutzen oder nicht? Ne, ich nutze das nicht. Tut mir leid. Ja, ich weiß. Könnte eventuell der Sieg sein. Also der richtige Sieg für, für was weiß ich. Aber ich mag es jetzt gerade in diesem Moment eher mit den Tränen zu schießen. Deswegen bleibe ich auch bei den Tränen. Und wie gesagt, sollte es mal irgendwie Probleme geben, dann kann ich ja zur Not auch noch einfach ganz stumpf stehen bleiben und den Effekt nutzen, den wir haben. Zack. Und den Rest meinem Dry und Rotten Baby überlassen. So. Und von was bekomme ich denn jetzt auch schon wieder ein bisschen dazu gepumpt? Hm, na egal. Vision Ds. Ach so, jetzt schießen wir auch noch nach hinten. Ja okay, habe ich nichts gegen. Gefällt mir, gefällt mir. Natürlich wäre jetzt eigentlich ein bisschen was anderes geiler gewesen, wie zum Beispiel... Oh, du Scheiße. Nicht du, nicht du, nicht du. Stirb einfach, stirb einfach. Danke. Was wäre denn noch geiler gewesen? Ich hatte gerade irgendein tolles Item im Kopf. Polyphemus, genau. Polyphemus wäre geil gewesen. Oh Gott, das war's. Okay. Zack. Spinnis brauche ich nicht. Nochmal zweimal das hier aktivieren, weil ich wieder ein Herz zu viel hatte. Und noch einmal. Alter, so kriege ich aber ordentlich was an Münzen dazu. Ich hoffe, hier gibt's dann jetzt erst mal wieder so ein kleines Münzenspendegerät. Ähm, okay. Au. Dies wäre jetzt aber doof. Mom's Pearl. Weil dadurch habe ich auch noch wieder eine erhöhte Chance auf Soulheart, soweit ich weiß. Zack. Alter, die kommen gar nicht an mich heran, ey. Soulheart. Dann Kompass und noch mal ein Herz. Und euch spreng ich jetzt auch nochmal kurz. So. Siehst du, nochmal zwei Herzen, äh, zwei Herzen, zwei Münzen. So muss das sein, Leute. So muss das sein. Ja, ich werde jetzt noch ein bisschen erspenden, weil das ist ja so oder so der letzte Shop, den ich bekommen werde. Allerhöchstens, was ich noch kriegen könnte, wäre ein Bettler. Aber aktuell bin ich so zufrieden mit meinen Items, dass ich jetzt nicht wirklich noch einen Bettler möchte. So, der schluckt aber einiges, ohne wirklich irgendwie kaputt zu gehen, wa? So, nochmal. Diese zwei, und das war's. Zwei, zwei, zwei. Hm. Oben haben wir einiges vergessen. Aber unten ist der Boss, so wie es aussieht. Weißt du, unten ist der Boss, aber oben links, ne? Oben links, Hauptsache oben links ist dieser scheiß super Geheimraum. Ah, war ich hier jetzt schon drin? Ne, ne? Ne, war ich nicht. So, nochmal 25 Münzen. Ich glaube, ich weiß, was ich gleich nochmal machen kann. Ich darf vielleicht noch ein bisschen was spenden. So, dann gehen wir weiter. Da vorne haben wir einen Würfelraum. Nur weiß ich nicht genau, was die einzelnen Würfel machen. Das ist das Problem. Ich weiß, dass die Würfel zwar einen Effekt haben, also die einzelnen, äh, die einzelnen Scheißteile. Ah, die einzelnen Augen. Nur weiß ich nicht genau, was, was sie an sich für einen Effekt haben. Wenn das jetzt der Effekt ist, dass ich plötzlich komplett neu gewürfelt werde, ist das auch scheiße. Weil, momentan, wie gesagt, ich bin zufrieden mit meinen Items. Und ich würde jetzt nicht unbedingt was anderes haben wollen. So, was haben wir hier? Judgment! Das passt eigentlich sehr gut. Ah, fick dich doch. Natürlich bekomme ich dann den. Weißt du, dann, wenn ich nochmal ein paar Karten, äh, ein paar Münzen bekommen habe. Und eigentlich nochmal eben kurz was spenden könnte. Für eine gute Karte. Und so weiter. Nein. Kriege ich so einen Quatsch. The Stars kann ich behalten. Dabei kann ich mich zur Not nochmal wegteleportieren. Na gut, dann sammle ich vielleicht ein paar Herzen. Und dann werde ich mich nochmal bei dem melden, dem Typen hier. Äh. Willst du vielleicht noch irgendwie was? Nee, schade. Aber vielleicht ja im Supergeheimraum. Vielleicht ist das ja im Supergeheimraum nur mit Herzen. Das wäre eigentlich was Geiles. Könnte ich den wenigstens gut gebrauchen. Scheiße, scheiße, scheiße. Ah, leck mich doch. Zack. Oh, geil. Kann ich gut gebrauchen. Kann ich gut gebrauchen. Kann ich sehr gut, sehr gut, sehr gut gebrauchen. Hier, bitteschön. Los, take it. And give me a little bit good stuff here. Yes. Oh, ja, genau sowas meine ich, Leute. Genau sowas meine ich. Oh, ist das nicht schön. Jetzt können wir auch... Nee, ich wollte gerade schon sagen, jetzt können wir auch fliegen. Aber können wir ja gar nicht. Okay, in den Zaki-Zaki-Raum möchte ich nicht. In den Raum. Da könnte ich jetzt, wie gesagt, ich kann da rein. Aber ich habe einfach keine Ahnung, was passiert, wenn ich da draufgehe. Alles in dem Raum wird neu gewürfelt anscheinend. Okay. Habe ich nochmal Glück gehabt. Ach, weshalb leg ich da noch was hin? Äh. Zack. Was ist das? Full Health nehme ich mit. Kann zur Not noch ganz gut sein. Kann zur Not noch ganz gut sein. Kann ich im Grunde in einem Bosskampf einsetzen. Weil wenn ich das in... Ach, alle Items auf der Ebene werden neu gewürfelt. Dann habe ich jetzt nochmal kurz... Oh Gott, war das knapp. ...nochmal ganz kurz einen kleinen Abstecher zu machen. Und zwar in den Supergeheimraum. Oh, fuck. Ja, wusste ich es doch. Zack, noch ein Herz gibt es da. So, wunderbar. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal eine sehr erfolgreiche Runde bisher. Da wäre ich fast reingelaufen. Ich laufe da jedes Mal fast rein. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, was für Drogen ich genommen habe, dass ich da jedes Mal fast reinlaufe. Da würde ich natürlich jetzt auch noch gerne hin. Ah, hier habe ich noch das bekommen. Gibt es auch so einen tollen Schlüssel. Den nehme ich mir einfach mal. So, dann kann ich noch ein bisschen spenden. So. Jo, okay. Hängt fest. Schade, aber... So was passiert, ne? Oh, geil. Zum Glück habe ich hier die ganzen Spinnen gerade. Die erleichtern mir diesen Kampf gerade so sehr. So. Und hallo, Muddy. Wie geht's? Wie steht's? Hast du auch irgendwelche Probleme? Ne, ne? Ach, das ist die rote, die nur am rumhauen ist. Finde ich nicht schlecht. Finde ich nicht schlecht. So. Dann aktiviere ich nochmal das hier. Wunderbar. Zack. Und... Ab dich. Negativ bekomme ich jetzt auch noch. Zwei, drei, vier, vier. Sechs. Nochmal ein halbes Herz. Und nochmal ein halbes Herz. Eins, zwei. Und nochmal ein Dime dabei. Wunderbar. Das hat sich auch noch gereimt. Ey, wie gut ist das denn? Und weiter geht's, Leute. Weiter geht's. Ah, also momentan fühle ich mich wirklich gut. Natürlich haben wir noch jede Menge vor uns, wenn wir noch Satan besiegen wollen. Oder vielleicht noch die Form danach. Wobei ich natürlich schon gesagt habe, die Form danach ist jetzt nicht unbedingt etwas, was ich besiegen möchte. Es ist etwas, was ich, äh... Was, was okay ist, wenn ich's besiege. Die Zecke. Möchte ich nicht. Denn wir kennen die Zecke alle. Die ist einfach nur Kake. Zack. Und zack. Wunderbar. Zwei wird zubekommen. Dann nochmal das hier. Ähm. Scheiße. Wo genau muss ich denn jetzt, äh... Sein? Ich glaube, hier. Kann das hinkommen? Nee. Dann hier? Nee. Hä? Na gut, gehe ich einmal in den nächsten Raum. Von da werde ich das auf jeden Fall entkriegen. Gehe ich mal von aus. Hier. Ah, bei diesen etwas größeren Räumen, da habe ich einfach nie wirklich eine Ahnung, wo genau ich da jetzt die Bombe hinlegen soll. Münzen und Spinnen. So. Wenn ich nach unten gehe, dann komme ich, glaube ich, eher zum Boss, oder? Oder ist der Boss da ganz oben? Ich glaube, der Boss ist da ganz oben. Na gut, machen wir mal die Truhe auf. Und da gibt's nochmal ein bisschen was drin. Ach, ich vergesse jetzt gerade, dass ich, äh... Bissens, ich habe gerade fast vergessen, dass ich ja ein Damage nehme. Ein Herz-Damage. Und wollte gerade schon ein bisschen mehr nutzen. Äh, so ein bisschen mehr mit der Maschine machen als einmal. Das hätte es ziemlich schlimm enden können. So, was gibt es da drin? Pin. I can't see forever. Brauche ich ja nicht. Ja, wobei, kann ich eigentlich doch mitnehmen. Einfach mal aktivieren. Da. Was war das? Speed up. Speed up. Das war Telepilz. Das war Bad Gas. Und Full Health nehme ich mit. Okay. I can see forever. Dann kann ich wenigstens die, äh... Bomben sparen. So, der wird jetzt auch gleich sterben. Wunderbärchen. Ah, also ohne schwarzes Herz. Also momentan ist der Run wirklich super. Der gefällt mir. Ich habe echt kein Problem mit dem. Ja gut, nee, nee, nee. Ich muss einmal rumrennen. Denn die Zecke, wenn ich die einmal nehme, dann habe ich das Problem, dass... Öppala, ich die nicht mehr loswerde. Die Gegner werden, glaube ich, dann zwar ein bisschen schwächer, aber ich werde die scheiß Zecke nicht mehr los. Und die Zecke will man loswerden. Wie will man sowas von loswerden? Es gibt eigentlich keinen Grund, weshalb jemand die Zecke wirklich... ...wirklich wissentlich, äh, behalten möchte. So, ich zeige noch ein halbes Herz. Reicht aber trotzdem. Ich meine, da habe ich ja noch jede Menge Soul Hearts und Schwatteherzen dabei. Ja, der Effekt kommt rechtlich spät. Nur mal so nebenbei. So, und dann mal da weiterhin. Wunderschön, wunderschön, wunderschön. Zack. Kaputt, kaputt, kaputt. Na, okay, kaputt, danke. Nochmal zwei Bomben, das ist super. Ach, da bin ich ja sogar intuitiv den richtigen Weg gelaufen. Gefällt mir. Nee, möchte nicht haben. Und dann haben wir Mr. Fred. Ah, Mr. Fred, stimmt, den gab es ja auch noch. Der hatte ja auch diese wunderbaren Viecher bei sich. Da muss man ja aufpassen, wenn er diesen scheiß Move macht. So, Mr. Fred, kannst du mal aufhören mit dem Move? Das wäre super. Ich würde nämlich auch mal gerne wieder an dieser Stelle stehen und dich ein bisschen attackieren. Na gut, dann kann ich auch von hier hinten machen. So, Mr. Fred, stirb. Bitte, bitte, das wäre super. Jetzt auch noch Gift, jetzt aber tot. Dann gibt es noch mal ein HP ab, es gibt auch noch mal ein Soul Heart. Dann nehme ich erst mal das HP ab. Kann ich das hier aktivieren, bekomme noch mal das. Rotten Baby brauche ich nicht, Gappi brauche ich nicht und diese eine Page da hinten. Ich glaube, Second Page auf dem Ekonomikon oder so war ich auch nicht. Das Solar kann ich nicht nehmen. Ja, okay. Habe ich nichts gegen. Wir gehen aber die nächste Ebene und werden dann gegen It Lives kämpfen. Und danach gegen Satan. Und vielleicht danach auch gegen The Lampe. Also, die Lampe. Ich weiß es nicht genau. Ähm, okay. Hier können wir jetzt erstmal ein bisschen spielen. Wenn wir natürlich wollen. Das ist natürlich jetzt so die Frage. Okay. Uns wurde die Antwort eigentlich schon vorgegeben. Wir sollen ja alles kaputt machen. Also, wenn das Spiel darauf besteht, dann kann ich das natürlich nachvollziehen. Und mache das dann auch. Oh Gott. Und erst einmal Fistula hier penetrieren. Scheiße. Eieiei, da war ich ein bisschen zu schnell und habe nicht gesehen, wo ich hingelaufen bin. So was kann passieren, Leute. So was kann passieren, wenn man mal so ein starker Typ ist wie ich hier. Ja, ich weiß, ich übertreibe. Zack. Weg ist er. Gibt es noch irgendwas Tolles? Zwei Schlüssel. Die kann ich sehr gut gebrauchen. Ach, stimmt ja. Die Augen. Die habe ich schon fast vergessen. Huch. Hier hätten wir dann den ersten Geheimraum. Zack. Die Schaufel. Also eigentlich könnte ich jetzt Itlives überspringen. Aber das möchte ich nicht. Aus einem einfachen Grund. Wenn ich Itlives überspringe, dann habe ich nämlich diese wunderbare, ähm... Da hängt nämlich diese wunderbare, tragbare, portable Blutspendemaschine nicht mehr bei mir. Und wenn ich die nicht mehr bei mir habe, dann kann ich, falls ich im Notfall mal wirklich Herzen auf... Falls ich mal irgendwie aus Versehen Herzen aufsammel, obwohl ich noch genügend Schutz habe... Ne, dann... Das ist doof. Dann passiert nämlich genau das hier. Ich meine, ich habe jetzt gerade aktuell auch schon sogar relativ viel Damage, so wie ich das anscheinend sehe. Aber... Das ist trotzdem doof. Weil... Der Horf-Babylon-Effekt, der macht mir natürlich ein bisschen mehr Damage, ne? Das ist das Tolle. Deswegen würde ich den gern weiterhin beibehalten. So, Loki, tut mir leid, aber das war's. Äh... Ach du Scheiße. Zack. Kann ich das hier aktivieren. Und weiter. Aber die Full-Health-Pille behalte ich natürlich trotzdem, ist ja klar. So. Oh Gott. Denn wenn es mal hart auf hart kommt, dann aktiviere ich natürlich die Full-Health-Pille. Zack, zack. Eins, zwei. Warum habe ich denn jetzt nur ein halbes Herz-Damage... Ach ja, genau. Wegen dem wunderbaren Effekt, den ich habe, dass ich, äh... Wenn ich einmal in einem Raum Damage nehme oder so, dass ich danach geschützt bin und nur noch ein halbes Herz-Schaden bekomme. Ne, das nehme ich nicht. Pinkie Eye ist mir ein bisschen wichtiger. Scheiße. Den habe ich zu spät gesehen. Das war einfach das Instinktive. Ich schieße einfach mal drauf los. Nach unten geht es zum... Oh, rein da. So. Nach unten geht es zum... Super-Geheimraum. Gleich auch nochmal wieder eine mit sehr vielen Herzen. Ja. Eins, zwei. So kann ich mir nämlich jetzt einen Haufen Spinnen machen. Oh, und was das für ein Haufen von Spinnen ist, Leute. Das gefällt mir. So. Zack, einmal noch. Wir haben jetzt natürlich 99 Münzen voll, ist ja klar. Aber wir haben jetzt auch einen Haufen Spinnen dabei. Und der kann zeigen, was er kann. Oh, noch mehr Spinnen. Super. Werde ich dann auf jeden Fall einsetzen beim It Lives. Au. So. It lives. Zwei. Drei. So. Jetzt habe ich nämlich wieder ein paar Spinnen dazu bekommen. Das Voltage in der Litch. Das Voltage. Und der was? It lives ist ja schon fast tot. Alter, wie schnell ging denn das? Alter. So. Okay, dann geht es jetzt Richtung Satan. Okay, da bin ich ja mal gespannt, was Satan so für uns bereithält. Hoffentlich nichts Schlimmes. Hoffentlich nichts Schlimmes. Hoffentlich bekommen wir noch irgendwo Soul Hearts oder Schwatteherzen. Das wäre super toll. Weil mittlerweile geben wir diese Art von Herzen aus. Zack, hier unten haben wir den Geheimraum und direkt darunter ein Miniboss. Bad Gas. Health up. Bombs are key. Ne, brauche ich nicht. Zack. Nichts Gutes. Schade. Dann gehen wir hier rein. Mal gucken, wer wir da haben. Sloth. Und Sloth ist weg. Willkommen Bob's Rotten Head. Ach Mann, ey. Das wäre jetzt wieder so eine Verlockung. Aber nein. Wobei, ich weiß nicht, ey. Zur Not kann ich auch noch den machen. Nee, 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 nee. Ich bleib bei meinem tollen Sack, äh, bei meinem tollen Sack, meiner tollen Tasche, meiner Spendemaschine. Ich bleibe ihr treu. Ich bleibe ihr immer treu jetzt. So ist das jetzt. So wird es immer sein. Scheiße. Bombs are key und bombs are key. Geil. Zweimal bombs are key. Das gefällt mir. Nicht. Ich wüsste nämlich nicht, was ich damit anfangen soll gerade. Okay, 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 okay. Aufpassen, dass ich nichts abbekomme hier. Aua. Und jetzt wäre natürlich der richtige Moment für eine Full-Health-Pille. Äh, ja. Full-Health-Pille. Oh, die kann ich auch noch aktivieren. Äh, dann gehe ich erst... Nee, ich gehe erst mal so rein. So, hier nochmal kurz aufsprengen. Wo ist denn dies? Ach so, das war Kalos damit, dass ich, äh, damit ich über Stacheln laufen kann. Okay. Hallo, le Satan. Ja, 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 du mich auch. So, und jetzt erstmal The Fallen töten, weil The Fallen nervt ja. Das wissen wir, ne? Genau, The Fallen nervt. Sag mal zweimal The Fallen. Und werden gleich von einem weglaufen müssen. Ja, sag ich ja. Zack, zack, zack. Okay, Necronomicon aktiviert sich. Wobei ich mich immer noch frage, warum die Sau sich so spät aktiviert hat. Na, komm. Huch. Aufhören. Ganz böse. Aua. Ah. Ich schaff's noch irgendwie. Und wenigstens diese Phase schon mal weg. Und jetzt kann ich ja eigentlich einfach stehen bleiben. Ja, okay, ich mein, das macht einfach ein bisschen zu viel. Es ist einfach ein bisschen zu, äh, es wäre einfach ein bisschen zu langwierig, wenn ich das, wenn ich ja jetzt wirklich nur so stehen bleiben würde. Au. Und full health. Huch. Ja, ich mein, ich nehm ja trotzdem nur noch ein halbes Herzschaden, aber sicher ist sicher. Sag ich mal so, ne? Sicher ist sicher. Oh Gott. Lieber will ich's auch wirklich hundertprozentig schaffen, als dann irgendwie noch zu verrecken. Auf gut Glück zu spielen oder whatever. Und wir haben's gepackt, Leute. Wunderbar. The Razor. Und wir können weiter. Jetzt geht's erstmal in die nächste wunderbare Ebene. Mit The Lamp. Oh, Mann. Okay, wir haben jetzt The Razor bekommen. Huch. Wo ist denn die Sterben? Da brauche ich einen bestimmten Schlüssel für, oder was? Das wäre natürlich super toll, wenn man da jetzt irgendwie nochmal etwas zu sagen könnte. Zu dieser wunderbaren Truhe. Truhe? Zu diesem... Verdammt, da wollte ich gar nicht... Ihr habt doch geschissen. Ihr habt euch... Oh Gott, ihr seid doch alle bekloppt. Wie kann man denn diese Tür öffnen? Muss man vielleicht die komplette Ebene irgendwie einmal abgegangen sein? Oder muss man einen bestimmten Schlüssel finden? Oder was auch immer. Was braucht man denn so Feines für diese wunderbare Truhe? Truhe? Tür. Aua. So wunderbaren Soulhearts, die ich bekommen habe. Gehen jetzt nach und nach kaputt. Super uncool. Au. Ja, das war jetzt ein dämlicher Versuch, da durchzukommen. Aber hey, ich sag mal so. Wenigstens der Vogel, der zeigt, was er kann. Okay, Soulhearts sind weg. Aber ich hasse diesen Gegner auch. Der ist scheiße. Auch wenn meine, äh, die Treffer, die ich bekommen habe, die ich erlitten habe, die waren jetzt auch wirklich selten dämlich. Das muss ich natürlich zugeben. Das kann ich nicht abstreiten. Die waren wirklich selten dämlich. Das waren einfach dämliche Versuche, da irgendwie vorbeizukommen. Na komm. Wie viel AP hast du noch? Die Anzeige zeigt mir nämlich gar nichts an. Okay. The Hanged Man brauche ich nicht und The Hanged Man brauche ich auch nicht. Also haben wir auf jeden Fall schon mal zwei Sachen, die wir nicht brauchen. Das ist gut. Ähm, nochmal pillen. Health up. I can see forever. Okay, ähm. Wenn wir nach unten gehen, kommen wir Richtung Bosse. Okay, okay, okay. Noch zwei sind am Leben. Keiner mehr. Schlüssel. Wunderbar. Oder brauche ich eine gewisse Anzahl von Schlüsseln vielleicht? Oder irgendwas in der Art. Ich habe keine Ahnung, Mann. Ich habe keine Ahnung. Ich würde aber interessieren, was sich hinter dieser wunderbaren Tür befindet. Ich bin so ein neugieriges Wesen, deswegen. Es wäre eigentlich ganz knorkel, das mal zu wissen. So, und der letzte. Wunderbar. Geh kaputsch. Danke. Okay, die Görtlings, die mache ich mal so fertig. Die können mich mal. Die nehmen gerade keinen Schaden. Ach, Mann. Ich glaube, meine Baby-Nasen, die waren noch nicht da. In dem Moment. In dem Moment, wo ich eingetreten bin, waren meine Begleiter, meine Mitläufer noch nicht da. Das ist schon irgendwie doof. So, jetzt könnt ihr mir nicht mehr schaden. Geht doch alle weg. Necronomicon aktiviert sich. Ja, das wird jetzt ein bisschen länger dauern, ne? Aber ich hoffe mal, das ist kein Problem für euch. Necronomicon aktiviert sich. Wunderschön. Aktiviert sich das vielleicht gleich nochmal? Mein Vogel, wie der angreift, ey. Da geht der richtig ab. Nein, wir machen... Wir waren gerade einfach ein bisschen zu viel los, als dass ich da jetzt sagen würde, okay, da versuche ich doch mal wirklich anzugreifen. So. Außerdem brauche ich HP ohne Ende. Necronomicon aktiviert sich. Wunderschön. Boah. Alter, ich finde die Schüsse, die die machen, einfach zu geil. So richtig extrem durcheinander gemixt. Na komm, stirb. Ich brauche nämlich keiner. Jetzt müssen wir nur noch auf den gehen. Bei The Lamp müssen wir leider Gottes vielleicht ein bisschen stehen bleiben. Und hoffen, dass unsere Babys das irgendwie machen. Alter, der Part, der geht ja schon so lange. Ist ja abartig, wie lange der schon geht. Und fertig, wunderbar. Noch vier, zwei. Ich bräuchte aber wirklich mal, so langsam war sicher... Oh, fuck. Das ist so klar gewesen, dass ich jetzt noch so einen scheiß Gegner bekomme, ey. Ah, fickt euch doch ins Knie. Fickt euch doch mal richtig hart. Okay, jetzt muss ich noch aufpassen, dass er mich nicht zu häufig erwischt. Komm schon, meine scheiß Giftschüsse müssen das irgendwie regeln und meine Babys müssen da irgendwie was mitmachen. Was zur Hölle macht eigentlich das verkackte Dry Baby? Ich habe keine Ahnung, man. Boah, das war knapp. Da hatte ich jetzt gerade wieder einen Poison-Schuss und dann ging der daneben. Scheiße. Jetzt ging der nach hinten, der scheiß Poison-Schuss. Ich habe richtig viel Glück. Oh Mann, durch solche Kämpfe wird das aber nur in die Länge gezogen. Ich könnte kotzen. Das wird ein sehr langer Part, Leute. Das wird ein sehr langer Part. Oh Gott. Ja, gleich ist er tot. Nicht mehr lange. Oh Gott. Und rein hier. Pillen. Telepils. I can see forever. Und Bombs are key. Ich bleib mal beim Telepils. Ja, der Telepils. Oh fuck. Ich bleib mal stehen, Leute. Oh, das wird jetzt so extrem lange dauern. Das wird so extrem lange dauern hier. Also bis mein Vogel den erledigt hat, ey, da... Da ist ja Weihnachten demnächst wieder. Boah, da ist ja wirklich demnächst wieder Weihnachten befolgt, bevor die erledigt wurden. Okay, 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 okay. Oh, fuck. Aber ich nehme mir nur noch ein halbes Herzschaden. Das ist das Gute, wie ich ja schon gesagt. So, bleibt mir wenigstens... Boah, ein bisschen länger. Komm schon, verrecke, verrecke. Fuck. Jetzt mach ich mal mehr Damage hier. Du Pisser, das war ein Fehler. Schlüssel. Jetzt kann ich hier rein und hier gibt es... Oh. Komm schon, da muss ich jetzt ein bisschen dran spielen. Gib mir bitte was Gutes. Bitte. Bitte. Nicht nur Nachrichten. The Missing Page. Nein, auch nicht dieses Twinket. Fischert auch nicht. Oh ja. Genau das, was ich brauche. Jetzt noch ein paar mehr. Oh, was haben wir hier? Jarrah. Ach, Jarrah verdoppelt das alles, was wir noch haben, glaube ich, ne? Ja, stimmt. Jetzt haben wir zweimal The Tower. Wunderbar. Das müsste ich mir mal irgendwann aufschreiben, was was macht, Alter. The Lovers. Sehr, sehr gut. Monkey Paw liegt da jetzt auch noch rum. Und ist kaputt. Und jetzt haben wir hier Anti-Gravity. Ah. Das ist gar nicht mal so schlecht, weil so kann ich die ja ein bisschen aufladen und noch ein bisschen mehr Damage raushauen. Oh, wie geil ist das denn? Erstmal The Lovers aktivieren. Ja, ich weiß. So habe ich halt das Problem, dass ich keinen wunderbaren Effekt habe. Von, äh, ihr wisst schon, ne? Aber, das ist mir in dem... Was? Der hängt mehr? Nein. The Tower wollte ich haben. Au. Okay, dieser Raum könnte noch ein kleines Problemchen beinhalten. Au. Oh Gott. Und wie der Raum ein Problem beinhaltet. Ich bräuchte jetzt noch mal drei von diesen tollen Automaten, eigentlich. Ja, am besten wären noch mal drei von diesen tollen Automaten. Dann habe ich nämlich mit Sicherheit ein bisschen mehr von dem Stuff. Na. So, komm schon. Verreckt doch einfach. Ihr könnt doch nicht so lange am Leben bleiben. Oh, das ist uncool. Einer ist weg. Der andere ist auch gleich weg. Zack. Erwischt. Ich brauche kein Geld. Ich brauche Herzen. Ach, scheiße. Ich brauche immer noch Herzen. Aber richtig Herzen. Du, ba, du, bi, du. Na los, komm. Laufen wir doch hinterher. Dann kriegst du halt ein paar ins Gesicht. Und ich bekomme wieder Münzen. Geil. Geile Scheiße, Leute. Geile Scheiße. Okay. Dann versuchen wir es mal gegen The Lamp. Und wir sehen uns gleich schon bei über einer Stunde. Das ist super. Zack. Okay. Wie ich ja schon mal sagte, den Angriffen kann man eigentlich relativ easy ausweichen. Das ist jetzt nicht so direkt so ein Problem. Problem wird es sein, wenn... Ah, fuck. Ach, scheiße. Mikronomikon. Wunderbar. Ja, wunderbar. Lauf rein. Oh. So ist das gut. Lauf rein. Lauf noch mehr rein. Lauf noch mehr rein. Ich bleib mal ganz kurz stehen. Zumindest bis ich den Kopf irgendwie wegkriege. Haha. Necronomikon. Wunderbar. Ja, das ist natürlich jetzt die Sissi-Taktik, meine lieben Freunde. Aber, solange diese Taktik irgendwie auch nur einsatzweise funktioniert, habe ich kein Problem damit, diese Taktik anzuwenden. Wenn der Kopf down ist, dann versuche ich gerne, ohne irgendwelche Hilfsmittelchen, ohne diese dämlichen Tricks, die ich gerade anwende, den Körper zu besiegen. Aber momentan noch nicht. Könnte es sein, dass das Dry Baby von Zeit zu Zeit einfach den Necronomikon-Effekt aktiviert? Ich glaube ja, ne? Ja, ja. Sieht so aus. Will der mich gerade angreifen? Ich glaube, der greift mich gerade so ein bisschen an. Kann das sein? Oh, wunderbar, Necronomikon. Noch einmal. Wenn den mich jetzt, glaube ich, bewege, dann bin ich am Arsch. Ich muss darauf warten, bis dieser nette Herr irgendwie kaputt ist. Gut, Leute, was habt ihr heute noch so vor? Ich habe gerade nicht wirklich viel vor. Oder habe ich jetzt gerade tatsächlich schon den Körper kaputt gemacht? Ich habe den Körper schon kaputt gemacht, aber noch nicht den Kopf. Okay, Leute, dann werde ich jetzt erstmal den Rest so warten, ne? Ich futter auch nochmal eben kurz ein Stückchen Schokolade. Ähm, mit Erdme... Hier, Milka, Erdbeer-Joghurt-Schokolade. Geile Scheiße, dieses Zeug. Stehe ich total drauf. So. Okay. Lecker, dieses Scheiße. Dann kann ich ja nochmal kurz was schreiben hier, ne? Ich meine, jetzt gerade habe ich ja wirklich die Möglichkeit dazu, das zu machen, ohne wirklich große Probleme zu kriegen. Gefällt mir? Och Mensch, wie viel AP hat er denn noch? Ich sage es euch, sobald ich mich bewege, bin ich tot. Sobald ich mich bewege, bekomme ich sowas von seine Hörner in den Anus. Und dann ist wirklich Ende im Gelände. Na komm, gleich ist er weg. Ach, Mensch. Also, ich weiß ja nicht, was ihr jetzt habt, aber der Kampf, der war doch voll easy. Also, ne, ich weiß echt nicht, was ihr habt. Na gut, Leute. Dann würde ich mal sagen, beende ich diesen Part. Wir bekommen jetzt sicher wieder dieses... Ja, bekommen wir wieder mit dem tollen Missing Isaac und so weiter. Ah, jetzt habe ich gerade so ein Seitenstechen. Wie so ein ekliges Stechen in der Seite. Ah. Ich glaube, das ist die Strafe dafür, dass ich einfach nur abgewartet habe. Aha. Okay, Leute. Ich hoffe natürlich, dass euch der Part trotzdem gefallen hat, auch wenn er jetzt so scheißen lang war und doch mit einigen Problemchen verbunden war. Aber, ja. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Hoffentlich dann ohne Warterei. Und dann würde ich einfach mal sagen, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis die Morgen. Tschüss.